Hallo liebe Zuschauer, der Frieden sei mit euch. Shalom. Ja, der Frieden ist mit uns, der andere Frieden, der des Herrn, Jesus Christus. Aber da draußen, da braut sich doch so einiges zusammen. Die Spannungen zwischen den Großmächten nehmen weiter zu. Es gab einiges an Meldungen in den letzten Tagen. Ja, die Geschichte mit dem Spionageballon der Chinesen, der so über die USA gewandert ist und am Ende eben abgeschossen wurde, als eben aber die ganze komplette USA schon überflogen wurde. Ja, sehr merkwürdig. Dann die Geschichte mit der Nord Stream Pipeline. Ja, offensichtlich, ganz offensichtlich stecken die US-Amerikaner dahinter. Es gab jetzt da die Enthüllung von Simon Hirsch, ein weltbekannter Journalist, der schon so einige Skandale in den USA aufgedeckt hatte. Ja, und dazu gibt es noch einige andere Meldungen und sehr eigenartige Meldungen. Und das wollte ich jetzt mal zusammenfassen. Wir wissen ja biblisch gesehen, am Ende der Zeiten wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Es wird also einen großen Krieg gehen, wo eben ganz viele Völker sich gegenseitig bekriegen werden. Und ja, sehen wir das schon kommen, Fragezeichen. Ich berichte ja öfter darüber und ich bin ja eben hier als Wächter. Das heißt, ich solle das Volk warnen. Warnen nach Hesekiel Kapitel 33, ja, eben, dass man das Volk eben eben warnt und sagt, kehrt um zu Jesus, kehrt um zu Gott. Metanoia, tue Buße, kommt zurück zu Gott und er wird euch bewahren. Ja, und ihr werdet ewiges Leben haben. Ja, so, dann kommen wir jetzt zu einigen Meldungen. Ja, hier eine sehr eigenartige und zwar ist das zu sehen hier auf War News 24-7. Ganz, ganz eigenartig. Zum Zeitpunkt dieser, meiner Aufnahme hier, habe ich noch keinerlei weitere Bestätigung dafür gefunden. Ja, aber wir schauen uns das mal an. Das ist eine griechischsprachige Seite. Hier geht es wirklich um Kriegsnachrichten. Ja, 24-7 eben, rund um die Uhr. Und hier habe ich meinen seltsamen Artikel. Ja, Russlands Antwort auf Simon Hearth's Enthüllungen. Ja, also hier die North Stream Pipeline. Wenn die Verhandlungen scheitern, wird Putin eine Frist von 72 Stunden setzen, bevor er Nuklearwaffen einsetzt. 72 Stunden für die Evakuierung der Bevölkerung der nuklearen Angriffszonen. Okay. Also irgendwie gibt es hier Verhandlungen. Ja, ihr geht nicht so ganz draus hervor, woher die Nachricht kommt, dass es irgendwelche Verhandlungen gibt und auch nicht zwischen wem. Wie gesagt, ich habe das hier, wenn man das in den Google-Übersetzer eben reintut, dann ist das manchmal sehr holprig, die Übersetzung. Aber wir versuchen uns hier mal durchzuschlagen. Ja, schauen wir mal. Die erste Reaktion, die wir vom tiefen russischen Staat auf die Enthüllung des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour Hersh haben, dass Biden den Befehl gegeben hat, die russische Nord Stream Pipeline zu sprengen. Moskau antwortet über bekannte russische Medien, dass, und dann kommt eben ein Zitat, wenn die laufenden Geheimverhandlungen scheitern, den Gebieten eine 72-stündige Evakuierungsfrist eingeräumt wird und die russische Armee dann regelmäßig Atomwaffen einsetzen wird. Wie gesagt, die Übersetzung ist etwas holprig hier ins Deutsche, aber ich glaube, wir verstehen das so, was gemeint ist. Ja, öffentlich geht es wohl um die Westukraine, also da, wo auch die Hauptstadt Kiew liegt. Und hier geht es weiter. Der Titel des russischen Artikels lautet 72 Stunden vor dem Einsatz taktischer Atomwaffen. Was Russland tun sollte, nachdem die Spuren der USA bei der Explosion von Nord Stream 2 enthüllt wurden. Ja, diesen Artikel, der wurde hier leider nicht verlinkt. Ich weiß es noch nicht, was das für... Ich kann auch kein Russisch, aber wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich noch keine weitere Verifizierung. Ja, der Artikel liest sich wie folgt. Ich möchte das heutige Material mit Auszügen aus Scheuguss Erklärung vom 2.7.23 beginnen. Sie meinen natürlich den 7.2. Das ist also, wie gesagt, auch falsch übersetzt hier. Und hier dieser Scheuguss Erz oder sagt eben folgendes. Also das Unternehmen in der Gegend von Ugledar und Bachmut entwickelt sich erfolgreich. Also das monetärische Unternehmen. Russische Streitkräfte schleifen alle Waffen und Ausrüstungen, die in der Ukraine geliefert wurden oder werden, sowohl auf Lieferrouten als auch auf Kampfpositionen. Die ukrainischen Verluste beliefen sich im Januar alleine auf mehr als 6.500 Militärangehörige, 26 Flugzeuge, 7 Hubschrauber und 341 Panzer. Ja, und dann die Bezirke Solidar und so weiter und so fort, kann ich alle nicht so richtig aussprechen. Ja, wurden in Folge aggressiver Aktionen russischer Truppen befreit. Also einige Bezirke hier wurden offensichtlich befreit. Das ist eben ein Auszug aus Scheuguss Erklärung. Tja, dann heißt es hier weiter Entmilitarisierung der NATO, in Anführungsstrichen würde das hier mal sagen. Ja, was sie hier beachten müssen, ist, dass wir uns bereits für ein Jahr des Kampfes mit den Streitkräften der Ukraine befasst haben. Jetzt entmilitarisiert die russische Föderation NATO Militärausrüstung. 341 Panzer pro Monat, 26 Flugzeuge und so weiter. Wie viele Panzer hat die NATO versprochen? Gerade in der Ukraine? 321. Dies ist ein Arbeitsmonat der Streitkräfte der russischen Föderation. Ja, also man sagt hier, was die NATO da jetzt liefert, das ist innerhalb eines Monats von der russischen Föderation eben zerstört. Oder wird dann zerstört werden. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, London werde Kampfflugzeuge nicht sofort in die Ukraine verlegen. Ja, ja, ich verspreche Ihnen mal groß und dann ziehen Sie sich zurück. Der Transport eines Kampfjets könnte Monate dauern, sagte er. Stattdessen hat Großbritannien Langstreckenraketen und Drohnen versprochen. Der Kreml glaubt, dass die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine von der zunehmenden Beteiligung einiger Länder an dem Konflikt und seiner Umwandlung in einen schmerzhaften Zeugt. Also, das ist wirklich komisch übersetzt, ja. Dann kommt hier ein längerer Abschnitt. Da geht es nochmal um Simon, Simon Hirst. Die Geschichte hier mit Nord Stream 2. Ja, wie gesagt, da ist ja schon viel, viel, viel zugesagt worden. Wir schauen auch in den, ja, in den Medien, beziehungsweise hier auf YouTube und in den alternativen Medien. Wir schauen aber nochmal hier nach unten. Und hier steht auch nochmal was von dieser 72 Stunden Frist. Also, hier heißt es Frist 72 Stunden vor dem Einsatz von Atomwaffen. Das Spiel ging auf Kollisionskurs. Alles, was Sie jetzt sehen, ist ein Versuch, den Konflikt zu deeskalieren, indem er eskaliert. Ja, die Brettsituation nähert sich dem Ende des Spiels und die Seiten bringen ihre größten Trümpfe heraus, die sich für die letzte Minute gerettet haben. Sie versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Der Kreml demonstriert Verhandlungsbereitschaft und Geheimverhandlungen laufen. Da können Sie sicher sein. Also, wie gesagt, mit wem hier, wer mit wem verhandelt, bleibt jetzt Spekulation. Ich denke mal, irgendwie Russland mit der Ukraine. Also, das werden nähere Verhandlungen sein. Das wird jetzt nicht Russland-USA sein oder NATO oder sowas, sondern eher lokal. Ja, aber wenn ein Deal scheitert, wird der Kreml den ganzen Weg gehen. Ja, es gibt wahrscheinlich Geheimverhandlungen und auch eine Frist. Die 72 Stunden frisst das drei Tage und das wäre dann Sonntag oder Montag würde das auslaufen. Und dann müssten die Ukraine bestimmte Bereiche evakuieren, weil dann eben die Russen dort taktische Atomwaffen einsetzen würden. Ja, am Montag oder am Sonntag oder Montag ist ja Superbowl in den USA. Das wird ja dann auch zeitlich dazu passen. Okay, also was gibt es sonst noch aus der Westukraine? Da gibt es auch verstärkte Kämpfe. Ja, die Russen möchten jetzt wahrscheinlich sich eher dem Westen der Ukraine zuwenden, beziehungsweise dort den Nachschub eben aus den NATO-Ländern, aus den westlichen Ländern abschneiden. Scheint wohl darum zu gehen, weil es gab jetzt schon eine größere Offensive der Russen in der Westukraine oder auf vereinzelte Ziele. Es hieß sogar, dass Raketen oder Drohnen sogar die Gebiete von Rumänien, also einem NATO-Mitglied, überquert hätten. Und auf jeden Fall auch Moldawien und ja, seltsame Dinge. Also es gibt hier auch einen Angriff auf eine sehr wichtige Brücke. Und zwar haben wir hier eine Meldung mit Video. Das Netzwerk heißt es hier, veröffentlichte Aufnahmen des Angriffs auf die Brücke in Zatoka bei Odessa mit Hilfe einer Marine-Drohne. Das Netzwerk ist wahrscheinlich hier VK mit gemeint. Das ist so dieses russische Facebook. Und ja, wir lesen und schauen uns das an. Die ukrainische Seite hat im Internet ein Video veröffentlicht, dessen Untertitel darauf hinweist, dass es einen Angriff auf eine Brücke in der Stadt Zatoka in der Region Odessa zeigt. Erinnern Sie sich daran, dass zuvor mehrere Raketen zu verschiedenen Zeiten über diese Brücke abgefeuert wurden. Daraufhin ergriff die ukrainische Seite Maßnahme zur Reparatur dieser Brücke, über die militärische Güter einschließlich Treibstoff für militärische Ausrüstung aus den Nachbarländern, darunter Moldawien und Rumänien, in die Region Odessa gelangten. Diesmal wurde die Eisenbahnbrücke in Zatoka angeblich mit einer Bodendrohne angegriffen. Auf den unten stehenden Bildern, die auf den 10. Februar 2023 datiert sind, zumindest ist eine solche Aufschrift, auf den Bildern der Überwachungskamera zu sehen, ist zu sehen, wie sich das Objekt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit durch das Wasser der Brücke nähert. Sobald es sich direkt unter der Brücke befindet, kommt es zu einer Explosion. Die Berichte besagen, dass sich die Drohne vom Schwarzen Meer aus bewegte. Es sei daran erinnert, dass die ukrainische Seite in der Vergangenheit wiederholt versucht hat, Objekte der Schwarzmeerflotte RAF, darunter auch Schiffe, in Sevastopol mit Marine-Drohnen anzugreifen. Die meisten dieser Angriffe wurden von Otschakov in der Region Mykolaiv aus durchgeführt. In der Folge wurden mehrere Angriffe auf militärische Ziele in Otschakova oder Kovo durchgeführt. Mindestens zwei davon wurden gestern von den Streitkräften der Russischen Föderation durchgeführt, darunter ein Angriff mit einer Drohne vom Typ Geran. Es gibt keine offizielle Bestätigung, dass der Angriff auf die Brücke in Tsatuka von russischer Seite durchgeführt wurde. Also zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier mache. So, also, schauen wir uns das hier an. Es gibt hier eine Explosion, das ist eine Eisenbahnbrücke, eine ganz wichtige, wo eben Nachschub kommt aus den Nachbarländern. Mal gucken, ob wir das hier sehen können. Ja, die scheint tatsächlich hier im Wasser gekommen sein. Eine, ja, Unterwasser- oder eine Schiffsdrohne, ne, Kamikaze-Drohne. Und wie gesagt, das Ganze auf VK zu sehen. Deshalb Netzwerk. Ja, wir schauen uns das hier vielleicht mal auf der Karte an. Ja, hier haben wir Odessa. Und hier haben wir dieses, äh, diese, diese Brücke, wo ich jetzt hier meinen Mauszeiger habe. Und das ist eben diese wichtige Eisenbahnlinie hier, die wir sehen. Ja, hier am, an der Küste entlang sozusagen, die dann hier nach Galatz in Rumänien führt. Ja, und wahrscheinlich auch Stichstrecken hier nach Moldawien sind. Und, ja, also ein sehr wichtiger Nachschubweg hier wurde offensichtlich unterbrochen. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Die USA haben ja auch bekanntlich Probleme mit den Chinesen, ne. Unter anderem ja auch wegen diesem komischen Spionageballon. Da gab es jetzt auch noch einen Abschuss, ähm, an der Küste von Alaska. Da, zu diesem Zeitpunkt des, der Aufnahme hier, weiß ich nicht genau, was es war. Man sagt, es seien wieder ein, ein chinesischer Ballon gewesen. Kann aber auch ein russischer sein. Muss man dann sehen. Aber, hier, US startet unbewaffnete ICBM in den Pazifik, inmitten der Spannung zwischen China und Nordkorea. Ja, die US-Luftwaffe hat von Kalifornien aus eine unbewaffnete Minuteman 3 Interkontinentalrakete gestartet, um ihre nukleare Einsatzbereitschaft zu demonstrieren. Ja, das ist wirklich hier eine Demonstration. Der Test wurde um 23.01 Uhr, der kalifornischen Zeit wahrscheinlich, von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet, teilte die Basis am Freitag mit. Es handelt sich um eine Routineaktivität, die zeigen soll, dass die nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten sicher, zuverlässig und effektiv ist, heißt es in der Mitteilung. Ein Teststart zeigt das Herzstück unserer Abschreckungsmission auf der Weltbühne und versichert unsere Nation und ihren Verbündeten, dass unsere Waffen fähig und unsere Luftwaffenangehörigen bereit und willend sind, den Frieden, den Frieden auf der ganzen Welt zu verteidigen, sagte General Thomas A. Boussier, Befehlshaber der Air Force Global Strike Command. Hmm, yes, peace. Ja, Matt Gatz fordert Biden auf, TikTok in die Luft zu jagen. Also TikTok als Synonym hier für China oder ähnliches, ja, oder Satelliten. Nachdem das US-Militär einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen hat. Ein Team des Air Force Global Strike Command hat am 9. Februar um 23.01 Uhr von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine unbewaffnete Minuteman III Interkontinentalrakete mit einem Test-Wiedereintrittsfahrzeug gestartet. Da ist es hier. Ja, hier sehen wir auch mal Bilder. Ja, also hier zeigt man also auch Stärke, Abschreckung gegenüber China und auch Nordkorea. Ja, man munkelt auch, dass dieses abgeschossene Objekt dort in Alaska vielleicht auch von Nordkorea stammen könnte. Wie gesagt, es geht halt immer weiter. Ja, die Spannung nimmt zu, ja, und der General möchte hier den Frieden sichern, ganz klar. Ja, dazu passt dann hier auch ein Bulletin von der Hal Turner Radio Show. Ja, Russland ändert Nuklearpolitik, um präventiven Erstschlag zu ermöglichen. Erwähnt US-Basen in Europa und Kontinental-USA. Also hier eine Strategieänderung in Russland, ja, also auch eine Erstschlagoption, ja, präventiv eben nuklear eben die US-Basen in Europa zu treffen. Davon sind wir hier in Deutschland ja besonders reichlich gesegnet, ja, mit diesen US-Basen aufgrund unserer Besatzung durch die US-Amerikaner. Deshalb ja auch diese wunderbare Sprengung unserer Pipeline, Gaspipeline. Ja, das sind halt unsere Freunde, ja, und Partner. Aber ich lese mal weiter hier. Ja, ja, Russland ändert seine öffentliche Nuklearwaffen-Doktrin als Folge der aggressiven Aktion der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, der NATO und anderer. Die neue Politik, die jetzt entwickelt wird, wird die Vereinigten Staaten als Mitkriegspartei im Ukraine-Krieg anerkennen. Nachdem ja unsere Welt-Innenministerin, Annalena Baerbock, gesagt haben, dass wir im Krieg mit Russland sind. Also allein diese Geschichten, ja, das ist ja, also vor fünf, sechs Jahren völlig undenkbar oder vor zehn Jahren oder sowas. Egal, ich, ich mache weiter hier, Moment. Gestern wurde in britischen Medien bekannt, dass die Ukraine bereit ist, britische Langstreckenraketen einzusetzen, um die annektierte Halbinsel Krim anzugreifen. Okay? Ja, also. Da macht sich natürlich die Briten besonders stark, machen sich, also stehen sie besonders stark im Vordergrund hier, ne? Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky drängt auf die Lieferung von Kampfjets und Langstreckenraketen durch den Westen und warnt, dass der Krieg ohne diese Mittel stagnieren könnte. Ja, der britische Premierminister Rishi Sunak hat auf diese Bitte reagiert und zugegeben, dass nichts vom Tisch ist, wenn es um die Bereitstellung von Militärhilfe durch das Vereinigte Königreich zur Bekämpfung der russischen Invasion geht. Ja, also Zelensky hat ja auch schon wieder seine Europatour hinter sich, ja, wo er dann eben auch bei den Briten war und überall EU-Parlament und, 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 und Vertreter des EU-Parlaments oder der EU, nicht des Parlaments, also der EU, waren ja auch in Kiew und dann war er sofort wieder in Brüssel. Ja, egal. Ja, was steht hier sonst noch? Im russischen Staatsfernsehen wurde Anfang dieser Woche bekannt, dass Russland auf eine Politik der taktischen Nuklearschläge zur Vorbeugung hinarbeitet, ähnlich wie die Vereinigten Staaten. Wenn die Ukraine, die Krim und das russische Kernland angreift, wird Russland nach den jetzt ausgearbeiteten Plänen reagieren, also präventiv, ne? Diese Pläne sehen Gegenschläge gegen US-Militärinrichtungen in Europa und gegen das Festland der Vereinigten Staaten mit Hyperschallraketen vor. Diese Androhung von Gegenschlägen in Europa und den USA wird öffentlich und ausdrücklich gemacht, damit niemand im Zweifel darüber ist, was vom Kreml zu erwarten ist. Da haben wir es also. Die Russen räumen mit der Funktion eines Stellvertreterkrieges auf und enthüllen den Status der USA und ihrer NATO-Verbündeten als Mitbefürworter, um einen chinesischen Krieg mit der NATO vorzubereiten. Ja, also auch hier geht es mächtig weiter in Richtung Eskalation. Ja, abschließend noch diese Meldung, ebenfalls wieder von der Hull-Turner-Radio-Show. China-Satelliten feuern grüne Laser auf Hawaii ab. Ja, auch hier wieder im Konflikt China-USA. Ja, die Menschen auf den hawaiianischen Inseln haben bemerkt, dass nachts grüne Laserstrahlen aus dem Weltraum auf sie abgefeuert werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Laser von chinesischen Satelliten im Weltraum kommen. Mit Absicht. China behauptet, sie würden die Luftverschmutzung überprüfen. Ja, klar, ne? Damit sie dann den Amerikanern sagen können, dass auf Hawaii doch ein paar Autos abgeschafft werden müssten, oder was? Naja. Am 28. Januar war über den Inseln von Hawaii ein grüner Laser zu sehen, der den Nachthimmel durchdrang und sich lautlos wie ein Stotterer im Code der Matrix einen Weg zum Horizont bahnte. Die Szene wurde von einem Teleskop auf Hawaii's höchstem Gipfel aus gefilmt. Sie können sich den scannenden Laser in den unten stehenden Aufnahmen ansehen. Hier ist ein Video dazu. Ja, also zunächst hat man gedacht, es sei irgendwie ein eigener ICI-SAT-2-Satellit. Aber später hat man dann eben herausgefunden, dass es ein chinesischer Satellit ist. Daki-1 wurde im April letzten Jahres gestartet und ist ähnlich wie ICI-SAT-2 ein Satellit zur Überwachung der atmosphärischen Umwelt. Also, es heißt in der Bibel, dass wir am Ende der Zeit auch Zeichen am Himmel sehen werden. Große Zeichen am Himmel, das gehört sicherlich noch nicht dazu, aber es ist sicherlich ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hier wird auch noch einiges an Spektakel oben am Himmel auf die Leute zukommen, die hier in der Drangsal sind und vorab natürlich auch schon Vorzeichen. Ja, all das sind Zeichen und Mahnungen Gottes an uns und ihr seht ja selber, die Schlagzahl erhöht sich. Seid ihr noch nicht umgekehrt zu Gott, zu eurem Schöpfer. Durch Jesus Christus habt ihr jetzt noch die Gnadenzeit. Ja, er hat euch begnadigt, wenn ihr an ihn glaubt, dass er gestorben ist, für euch, für dich, persönlich. Es ist ein persönlicher Gott, wenn ihr daran glaubt und dass er am dritten Tage wieder auferstanden ist von den Toten, nämlich für dich, damit du auch lebst ewig. Wenn ihr daran glaubt, so seid ihr erlöst in die Ewigkeit. Ja, und dann könnt ihr auch beginnen, die Bibel zu lesen. Es ist wirklich, bittet einfach den Heiligen Geist, dass ihr das versteht. Ich weiß, dass viele Probleme haben, aber es ist auf einmal eine ganz andere Situation. Ja, da werden einem die Augen geöffnet. Ja, wenn man Gott darum bittet, ich möchte das verstehen, dann ergibt sich das alles und dann erklärt sich das auch der ganze Ratschluss Gottes. Ich kann das nur bestätigen. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Schalom, bis bald.